Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Einst stritten sich Nordwind und Sonne, wer von ihnen beiden wohl der Stärkere wäre, als ein Wanderer, der in einen warmen Mantel gehüllt war, des Weges daherkam. Einst stritten und sah zu einem Stärkere wäre dann ein Wanderer, da sie schon alles zusammengewaten und gelegen würde. OBER – aktudes die Drogenst determine,